Da, 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 da Nina Da, 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 da Lotta Da, da, da Da muss man dabei gewesen sein Da, 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 da Da, da, da Der Podcast Hallo und herzlich willkommen zur 142. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir machen diesen Podcast hier, um euch da draußen Anekdoten, Fun Facts und andere wissenswerten, spannende Geschichten liefern zu können, damit ihr das dann, was ihr hier hört, künftig in Situationen, in denen ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, anwenden könnt. Die Geschichten gehören euch. Ihr müsst nicht sagen, dass uns das passiert ist. Ihr könnt sagen, dass es euch passiert ist. Zum Beispiel, ihr könnt lügen. Oder ihr könnt sagen, ich habe das gelesen. Ihr könnt die noch ausschmücken. Ihr könnt euch noch weiter damit beschäftigen und einfach noch krasser abliefern dann in dem Moment. Es ist euch freigestellt. Wir wollen euch einfach helfen. Also helfen, dass ihr euch besser fühlt. Ja, klar. In diesen Situationen sind wir stehen euch bei. Meine Stimme klingt ein bisschen angeschlagen. Das ist mir gerade schon aufgefallen. Das liegt nicht an Erkältungssymptomen, sondern wir haben am Wochenende Festivals gespielt. Und ich sage mal so, ich habe immer noch übelst viel Staub in meinem Rachenraum, in meiner Nase. Es war Festivalzeit. Man kennt es. Moshpits tun sich auf und ich kriege hier 40.000 Kilo Sand in meine Schleimhäute rein, katapultiert. Und damit habe ich immer noch zu kämpfen, weil ich merke das einfach, wie mein gesamter Körper in voller Staub ist. Und ich reiße das ganz kurz an. Wir haben Festivals gespielt am Wochenende und wir waren zum Beispiel auf dem Immergut. Wir gehen jetzt aber noch nicht zu tief rein. Das kommt nämlich erst in einem halben Jahr in der Bandgeschichte. Das kommt erst in Bandgeschichte Part 236. Wir haben das Immergut gespielt. Da waren wir zum Beispiel Headliner. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Es war ein wunderschönes Festival. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Ich hatte wirklich die Bestzeit meines Lebens. Danach waren wir natürlich noch feiern. Und erst haben Lokführer Andi und Preller unsere sexy Sachsen-KollegInnen aufgelegt. Und wir haben abgedanzt und ich habe mir auch etwas in den Schlund geschüttet. Die Nina hat sich viele Getränke in den Körper reingestellt, kann man sagen. Und dann… Es war dann langsam schon hell. Ich bin aus dem Zelt raus. Es war so um fünf, sagen wir mal. Nina war gut alkoholisiert. Die Sonne kam langsam raus und Menschen haben natürlich, wir waren Headliner an dem Tag, trotzdem noch Fanfotos mit uns gemacht. So, pass mal auf. Und ich dachte so, Nina war gut betrunken, sage ich mal. Und das ist ja dann schon immer, finde ich, eine Entscheidung. Wenn man betrunken ist, hat man Bock, da ein Fanfoto zu machen. Weil wenn man betrunken ist, sieht man ja auch betrunken aus. Also zum Beispiel, wenn ich betrunken bin, das ziehst du tausend Kilometer gegen den Wind. Weil dann meine Augen auf Halbmast sind und ich bin so, ja, die ganze Zeit so ein bisschen am Grinsen. Und bei dir hat man auch gesehen, dass du betrunken bist. Und immer wenn Leute kamen… Ich fand mich in dem Moment toll. Ja, und pass mal auf. Und immer wenn Leute kamen und gesagt haben, hey, können wir ein Foto machen, habe ich so zu Nina geguckt, weil ich so war wie… Nina soll das entscheiden, weil sie ist ja diejenige, die betrunken aussieht und die quasi unvorteilhaft in einem Bild rüberkommen könnte. Deswegen habe ich immer zu dir geguckt und du warst so wie… Auf jeden Fall machen wir jetzt ein Foto. Dann haben wir, sagen wir mal, so zehn Bilder gemacht um fünf. Und ich öffne meine Innenkamera, sehe mich das erste Mal selber seit so vier Stunden oder so. Und ich hatte, ohne Scheiß, ich hatte komplett schwarze Nasen. Also, ohne Scheiß. Meine Nasen… Es sah aus, als hätte ich ein Bart. Wir hatten beide sehr dreckige Gesichter. Nein, 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 so Nasenlöcher vor allem. Und meine Gesichtshaare haben so Dreck aufgenommen. Und deswegen sah das aus, als hätte ich so einen Schnauzer. Ja, vor allem unter deiner Nase war halt so… Alter! Wie so ein Schnurri hattest du, so ein Staubschnurri. Aber so extrem. Und dann war ich so, ich gucke dich noch an, ob du Bock hast, Fotos zu machen. Ich habe das nicht gesehen in dem Moment. Und keine Sau sagt mir, dass ich einen Bart habe. Und das ist in meinem Leben schon mal passiert. Das andere Mal war das auf einem Festival. Da haben wir mit Nura zusammengespielt und den ganzen Abend abgehangen. Und dann kam so die Crew vom Festival, da war B-Reel so ganz neu. Und da kamen die so, ey, es ist B-Reel-Zeit. Und da kamen 20 Leute und haben so gesagt, okay, wir machen jetzt alle zusammen unsere B-Reels. Das heißt, ich war auf wirklich 20 B-Reels von verschiedenen Menschen, die jeweils wieder 40 Leute in ihrem B-Reel haben, die jeweils wieder 40 Leute. Also diese Bilder waren überall. Dann gehen die alle wieder, es beruhigt sich, ich unterhalte mich weiter. Und auch da wieder, öffne die Innenkamera und sehe das erste Mal mein Gesicht seit Stunden. und bin so wie, Leute, warum sagt mir denn niemand, dass ich einen Bart habe? Und ich weiß nicht, warum, mein Gesichtsfeature scheint so zu sein, dass sich der Dreck gerne unter meiner Nase oder über meinem Mund, also wie so schnurrimäßig sammelt. Und alle so, oh. Und dann haben wir so bei Nura's B-Reel geguckt, bei Ninas. Überall ist so dieser kleine Herr im Hintergrund, der ich bin. Und ich glaube, so Leute, ihr könnt mir das schon sagen, weil, ey, ich hätte übelst gern einen Schnauzer, sage ich, wie es ist. Ich möchte mir auch mal, wenn ich ein bisschen Geld locker habe, möchte ich mir einen herstellen lassen, einen richtig guten. Einen knüpfen lassen. Einen knüpfen lassen. Von MaskenbildnerInnen wahrscheinlich. Genau. Aber der Dreckschnurri. Ja, den kannst du aber auch rocken. Also ich trenze hätte den offensichtlich gerade. Der Dreckschnurri. Also ich habe, mir ist am nächsten Tag, ich habe meine Augen aufgemacht, die waren immer gut. Und dann ist mir eingefallen, weil Leute auch Videos davon gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann. Es ist so schlimm. Doch, doch bitte, komm an. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es war hell. Um uns herum waren noch viele, viele Leute. Alle wussten auch, wer wir sind. Because we were fucking Headliners. Weil wir Headliner gewesen sind. Ja. Und die Leute haben auch Fotos mit uns gemacht. Ja, ja. Und zwischen diesen Fotos, die wir gemacht haben, in der Zeit dazwischen, habe ich natürlich dann, weil wir dann über deinen Dreckschnurri und so geredet haben, habe ich festgestellt, dass wir, ja, es geht auch immer um schwarze Popeln. Ja, natürlich. Und ich habe während, also zwischen den Fotos in meiner Nase die Popel rausgeholt und den Leuten, mit denen ich feiern war, meine schwarzen, diese schwarzen Nuggets gezeigt, die ich aus meiner Nase geholt habe und habe immer so, so, Alter, guck mal. Und das war, Lot hat ein Video gemacht und ich kann das, das kann man nicht zeigen. Es ist so unangehend. Und ich denke mir so, Alter, Nina, da sind Leute, die machen Fotos mit dir und dann popelst du und holst Popel raus und zeigst diese schwarzen Brocken, die da rauskommen und bist du übelst proud. Alter, was ist denn mit dir los? Ja. Und dann hat Lotta mir erzählt, ich habe auch, ich kann mich auch nicht mehr so fühlen. Da war so, da war so der erste Punkt, wo ich so war wie, hey, Nina, vielleicht gehen wir jetzt mal in Backstage zurück und du hörst auf, ich ziehe vor, den Leuten zu popeln. Sehr gut, dass du dann da bist, weil wenn jemand anders mich in eine andere Richtung antreiben würde, wenn ich sagen würde, geh jetzt dorthin und schenk den Leuten deine Popeln, hättest einen riesigen, apfelgroßen Puppel zusammen herstellen. Wer hätte passieren können, wenn Lotta mich nicht zurückgehalten hätte. Und dann habe ich gesagt so, hey, lass einfach, wir wollten ja auch los, deswegen sind wir in den Backstage gegangen, um unser Zeug zusammen zu sammeln und die Backstage-Situation ist quasi so, dass es wie so riesige Bauwegen sind auf Rädern, also die Räder sind dann so bis Brusthöhe, das sind riesige Dinger, in die man so reinklettert und das sind übst geile Backstage-Dinger. Und in dem Backstage-Bereich gibt es natürlich Toiletten, logisch. War nicht so wie bei dem Festival am Freitag, wo es nur zwei Dixis gab für alle Künstler innen, sondern man konnte sich sogar die Hände waschen, sich mal im Spiegel sehen. Und wir wollten gerade gehen zum Hotel fahren, was fünf Minuten entfernt ist. Und Nina war so wie, ich muss übst pissen. Ich muss, Alter, ich muss, ich muss so pissen. Alter, ach du Scheiße. Und ich war so, ja, easy, geh doch noch mal aufs Klo. Und du so, nee, ich pisse jetzt hier hinter den Bauwagen. Und ich war so, warum? Mach's nicht. Weil hättest du dich dahin gehockt, hätten dich, also Künstlerbetreuung und so, die saßen ja auch alle noch dort in diesem Bereich. Ach fuck, ey. Du kannst nicht dieses Festival-Headline, dann den Leuten deine Popel zeigen und dann in den Backstage pissen. So. Ja. Und da warst du so, hä? Am nächsten Tag warst du so, hä, warum sollte ich das denn? Du wolltest, du hattest richtig diskutiert darüber, warum du jetzt nicht, und das war ein Unterschied von zehn Metern. Ich würde mich jetzt so schämen. Ey, das waren zehn Meter. Ich war so froh. Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank. Wirklich, ich weiß nicht, was dann in mich fährt, aber auf jeden Fall habe ich ganz, 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 ganz viele ganz dumme Ideen dann immer. Ja. Ganz dumm. Ich kenne das und ich embrace die auch. Ich embrace die auch. Ja, es gibt Leute, die pushen mich. Wir haben schon mal darüber geredet. Ja. Es gibt Leute, die pushen mich. Ja. Dann drückt mir jemand eine Dose in die Hand und ich male eine Wand an. Ja. Indoor. Die pushen mich. Bei sowas, bei der Aktion, da war ich am Start, aber bei den Popeln, da dachte ich mir so, ich weiß nicht, ob das was ist, was du selber. Du hast mich auf jeden Fall gerettet. Ne? Und ich glaube, ich bin da, ich kann das mittlerweile relativ gut einschätzen, wo ich on board bin. Ich bin sehr froh. Wo ich sage, hey, muss nicht unbedingt sein. Ja. Boah, ey. Boah, wie. Aber ihr fragt euch ja bestimmt, warum spielen wir überhaupt auf einem Festival? Richtig, weil wir in einer gottverdammten Band spielen. Die Band nennt sich Blond. Das stimmt. Und um jetzt mal eine Überleitung zu machen, es ist ja heute keine normale Folge, sondern es ist eine Bandgeschichte Folge, Bandgeschichte Part 20. Lotta, was bedeutet das? Wir haben in der Vergangenheit natürlich auch viele Konzerte gespielt und damit ihr, unsere HörerInnen, nachvollziehen könnt, was für Menschen wir sind, was uns zu diesen Personen gemacht hat, die wir heute sind, da muss man natürlich unseren musikalischen Werdegang verstehen. Und deswegen haben wir Bandgeschichte Folgen, in denen wir nur zeitstrangmäßig abarbeiten, was wir so erlebt haben in unserem Alltag als Band. Und wie ihr gehört habt. Was richtig süß ist, Leute schreiben so, ey, ich hab grad eure Bandgeschichte Folge gehört, wo ihr in Wiesbaden gespielt habt, 2017, vor drei Leuten und jetzt gönne ich euch übelst, dass ihr Headliner auf dem Immergut seid oder so. Ich finde, gönnen kann man auch, wenn es einfach ein Kickstart war. Aber ich glaube, die Leute, also das haben Leute wirklich geschrieben, dass es einfach sweet ist, das so mitzuverfolgen. Bei uns ist es auch richtig wie so ein natürliches Wachstum, das ich finde es auch geil zu beobachten. Und wie ihr aber gerade gehört habt, ist es Bandgeschichte Part 20, das heißt, vor dieser Folge gibt es schon 19 Rechnen. Oh yeah, Rechnen. Mathematics, Bitch. Und es wäre natürlich optimal, wenn man die sich chronologisch in der richtigen Reihenfolge anhört. Deswegen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, macht das gerne und ansonsten bleibt einfach weiter dran. Wir sind jetzt im Jahre 2019 schon angekommen. Du hast in der letzten Folge einen Fehler gemacht, da hast du irgendwie gesagt, 31.1.2018, aber wir waren im 2019 Jahr schon im Januar. Da hatten wir kurz darüber geredet, dass wir an Mike Kandereit supportet haben und genau danach ging es weiter mit dem Leoniden-Support. Wir haben da Leoniden kennengelernt. Gefühlt sind wir mit den fünf Wochen auf Tour gewesen. Das war echt krass, wie lange die uns mitgenommen haben. Und man muss wirklich sagen, dass aus diesem Tour-Ding, aus diesen Support-Shows ist eine wirklich dolle Freundschaft entstanden zu dieser Band und die hält bis heute. Ich muss auch sagen, es ist einfach, was mich von Anfang an gecatcht hat, war auch, bei denen sind auch zwei Geschwisterpaare in der Band und im Umkreis der Band, also Band und Crew, die mitfährt. Und das ist immer was, wo ich so bin, wie das ist auch bei Nura so, da kann ich sofort relaten und da bin ich so, das macht mich richtig glücklich, da die Geschwister-Dynamik mitzubekommen. Das finde ich einfach toll. Bei Von Wegen Lisbeth ist es auch so. Bei Von Wegen Lisbeth ist es auch so und ich liebe sowas. Ich finde sowas einfach nur geil und deswegen, wir haben uns auf Anhieb verstanden. Das sind ja auch einfach nur extrem lustige Menschen und wir lieben lustige Menschen. Ja und wir waren dann erstmal in Köln dabei und haben uns erstmal nochmal besser kennengelernt. Man muss ja auch immer ein bisschen gucken, wie kommt man so rein und so. Wir wurden ein bisschen aus dem Support-Ding gerissen, weil wir dazwischen noch einen anderen Auftritt hatten. Wir waren dann in International, wir waren in Brüssel. Und zwar ging es damals noch, 2019, um die Kulturhauptstadtbewerbung der Stadt Chemnitz. In Brüssel haben sich alle sächsischen Bewerberstädte vorgestellt. Ja, es war wieder eine Willkommensveranstaltung für diesen Bewerbungsprozess quasi. Genau, da haben die sich nochmal vor AnzugträgerInnen vorgestellt. Es waren PolitikerInnen da und so, wichtige Leute. Brüssel, man kennt es. Und es war, ich glaube, Dresden, Chemnitz, Zittau. Und bei den... Nee, ich glaube, das war's. Ich glaube, das waren so diese... Falls wir was vergessen haben. Ja, die drei sächsischen Städte, die dann noch in der engen Auswahl waren. Ja. Und da hat jede Stadt quasi 20 Minuten Zeit gehabt, ein kleines Programm vorzuführen. Und in diesem Programm quasi zu zeigen, hey, das ist, warum wir Kulturhauptstadt werden sollten. Genau. Und wir wurden eingeladen und es wurde gesagt, hey, kommt vorbei, ihr seid Teil eines Programms. Da wurde noch Bingo gespielt. Wir haben quasi einfach zwei, ein oder zwei Songs gespielt. Und das war für uns cool, weil wir waren so, ey, es ist irgendwie eine interessante Veranstaltung. Wir sind natürlich auch Team Kulturhauptstadt. Wir wollten unbedingt, dass Chemnitz das gewinnt. Und was das auch gemacht hat. Es wurde Bingo dann gespielt noch in dem Projekt. Und dann hat unsere damalige Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig noch eine quasi Rede gehabt, die aber wirklich angenehm war. Sehr, sehr sympathische Rede. Und dann haben wir natürlich auch Dresden und Zittau angeguckt. Und ich muss erst mal ganz kurz, solche Orte, solche Empfänge, das ist sowieso was, was ich nicht kenne. Dieser gesamte Dings, ich möchte mal kurz, wir sind dort angekommen. Die hatten alle bis zum Halten Stock im Arsch drin. Alle hatten Stock im Arsch. Und dann war auch das Ding, also manche Städte waren so wie, wir müssen heute alles zeigen, was wir jemals, jeder Mensch in dieser Stadt, der oder die ein Talent hat, kommt heute und muss es vorführen. So haben so manche Städte gehandhabt und da lagen natürlich, der Backstage, sag ich jetzt mal, da lagen Einräder. Da lagen Fackeln. Also das Ding ist, da lagen Keulen zum Jonglieren. Da lagen Stöcke zum Stockkampf vorführen. Und also da konnte man sich natürlich austoben. Und ich weiß, Tim Shell und das Einrad, die haben sich damals verbunden. Und ich fand das übrigens geil, weil wir haben das Social Media technisch so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir sind heute mit Tim Shell unterwegs, weil der Tim heute einen Einradauftritt hat. Und das haben uns auch 90 Prozent unserer FollowerInnen geglaubt. Das fand ich auch sehr schön, weil einfach, das hat ein, optisch passt das einfach super zusammen, Tim und das Einrad. Also ich finde, es war einfach ein perfektes… Vor allem, was viele nicht wissen, er ist damals im Plattenbaugebiet, hier in Chemnitz, im Heckertgebiet, leidenschaftlich Inline-Skates gefahren. Und er bewegt sich auch auf dem Eis und auf den Inline-Skates. Wie ein Frisch im Wasser. Wie eine Gazelle in der Steppe. Der ist einfach wirklich gut unterwegs, der kann sogar rückwärts fahren, der kann Pio Rennen drehen und so einen Kack. Der Tim, der haut einen um, wenn er die Dinger anhat, dann ist er wirklich wie ein Engel. Der ist immer so, ich bin zehn Jahre nicht gefahren, ich muss jetzt mal gucken und dann… Und ich möchte gerne, dass der Einrad sich nochmal richtig reinzieht, weil ihm das auch gefallen würde. Ich wette, der könnte das auch sehen. Notfall, irgendwas auf der Bühne und Tim kommt mit dem Einrad rausgefahren. Alter. Stell dir das einfach mal vor. Das wäre schon geil. Oder der Umbau, er fährt mit dem Einrad an die Position und stellt das Wasser an. Ja, das wäre schon gut. Also, wir hatten gerade über Chemnitz-Gerät, mir ist noch eingefallen, es gibt eine Chemnitzer Zeichnerin, die Stefanie Prittenmacher, die hat am Abend dann live auch noch gezeichnet und so. Ja, das war auch geil. Das war quasi das Chemnitz-Projekt. In Dresden wiederum, ja, Dresden-Hochkultur. Da war natürlich erstmal, das waren so Ausdruckstanz mit so weißen Leihenhemden zu einer Person, die Cello gespielt hat oder so. Es gab ein Cello-Spiel, da hat jemand von einer Dance Company, hat dazu eine Choreo, ein Tanzstück dazu organisiert, choreografiert. Und da haben dann so, da hat so ein Mann, das war so ein bisschen weird, es ist jetzt lange genug her, dass du drüber lässt, dann kennst du, yeah. Also, jemand hat Cello gespielt und die Choreo war, dass dann so vier Frauen den so angeschmachtet haben und so immer so hin, so und hör. Das hat sowas Tierisches auch. Sorry, aber es hat zu Dresden gepasst. Die mit ihrer Sempa-Opa, Alter. Und auf jeden Fall, dann gab es aber sehr, sehr sympathischer Mensch, Moritz Simon Geist, hat dann auch noch, hier steht jetzt, Live-Robotik und elektronische Tanzmusik. Ja, ich glaube auch so. Er hat so live, live, es war ja nicht auflegen, er hat live irgendwie mit verschiedenen Sachen Musik hergestellt. Und das war schon geil, das war wie so, mit dem haben wir uns auch gut verstanden. Der war voll cool. Was aber wirklich, wo man so war, wie mein Kopf platzt, war Zittau. Und ich muss sagen, die haben all meinen Respekt. Ich finde Zittau auch. Die haben all meinen Respekt. Die waren so wie dieser, wie heißt denn dieser Stern, den man sich zu Weihnachten nochmal aufhängt. Dieser, ähm. Das ist ein Erzgebirgslinger, also das kennen sowieso nicht alle. Und das kommt aus Papier gefaltet, aus Sachsen. Scheiber, so ein bisschen aus Zittau kommt das. Das heißt, die waren so wie, dieser Stern wird schon mal ein großer Teil unserer Performance. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, der Stern hängt irgendwo, damit man so einen kleinen Hint hat. Man könnte aber auch sagen, es kommen vier Kinder auf Einrädern auf die Bühne gefahren, haben auf der Stirn einen Stock, auf dem sie diesen Stern balancieren. Das war das Level. Das war so krank. Und währenddessen, während diesem Einrädern, und dann kamen noch Leute mit so Keulen und haben jongliert. Auch Einrädern jongliert mit Keulen. Währenddessen stand so ein Glaskasten, auf dem eine Projektion gezeigt wurde von irgendwelchen Videos. In dem Kasten stand dann eine Musicaldarstellerin oder so. Und es waren zwei Musicaldarsteller, die kamen raus und waren so, hallo. Genau, es gab ein Medley mit Musik und dann gab es aber noch Projektionen. Ich habe nur noch so ein bisschen im Kopf der Song. Ich muss sagen, der war gut. Und das war, come to Zittau, it is the very best. Good old Zittau, it is the very best. And yes, we have Wi-Fi too. Und dann haben wir, then we are blessed. Und dann haben die immer dort übelst. Und wir saßen nach einer Reizüberflutung. 100% Reizüberflutung plötzlich. Das war wirklich krank. Es gab halt Einräder, Fackel, also hier, Jonglierdinger. Es gab auf der Stirn balancieren, Projektion, Tanz. Akrobatik. Dann krochen plötzlich zwei Leute. Dann hat eine Frau im Kleid mit einem Mann in so einem Anzug. Hat so übelst anzüglich, so sinnlich getanzt. Aber alles auf einmal. Und alles auf einer ganz kleinen Bühne. Und wirklich noch mal als Kontrastprogramm. Hat nicht da auch so eine Person mit so einer, war da nicht auch so eine Projektion von einer Person, die eingespielt wurde? Und dann hat eine Person, die live da war, quasi mit der so geredet. Mit so einer Projektion war immer so, nein. Es war sehr, sehr lustig. Und ihr müsst euch wirklich vorstellen, dass parallel da, also dann als Kontrastprogramm wurde, in Chemnitz einfach 20 Minuten, nach Blond spielen einen Song, drei Minuten, die Barbara Ludwig erzählt auch noch mal was, drei Minuten und die restlichen, jetzt muss ich kurz rechnen, in 14 Minuten machen wir einfach entspannt eine Runde Bingo. Bingo und das kam sehr gut an, offensichtlich. Ja, und dann immer so, gut, wir haben hier ein B, ein B wie welcher Vogel, der in Sachsen beheimatet ist. Genau. Und ein B wie welches seltene Tier, was in Chemnitz wohnt. Der Bussard. Und dann der Blauwal. Genau, der Blauwal, der in der Chemnitz wohnt. Weiter geht's. Und so sind wir aufgetreten, ja. Und ich muss sagen, auf der Aftershow, also wir sind ja, ich wollte auch gerade von der Aftershow vor dir erzählen. Ach nee, ich möchte ja ganz kurz, bevor wir zu der Aftershow kommen, möchte ich kurz erzählen, dass ich, während wir gespielt haben, ich erinnere mich an zwei Dinge, wir hatten diese coolen, perlmutfarbenen Kleider an, die wir jetzt sogar immer nochmal tragen, weil es sind einfach geile Kleider. Und an diesem Tag habe ich das erste Mal entdeckt, dass dieses Kleid Taschen hat, also wie Hosentaschen quasi, bei einem Kleid. Das war für mich ein Eye-Opening-Moment, weil ich war so wie, wie geil kann's denn sein, man sieht das einfach null und das Kleid hat einfach fucking Taschen. Fand ich extrem cool. Und dann erinnere ich mich, dass ich gespielt habe und mein Träger drohte herunterzurutschen. Vor den ganzen PolitikerInnen. Und ich dachte die ganze Zeit so, ein Nippelblitzer, ne, wenn mir das heute passieren würde, wäre ich so, so what, ist scheißegal, Rock'n'Roll, so alter, es ist auf einer Bühne, es ist dunkel, es ist dreckig. Die Leute saßen im Publikum, ne? Es gab, also es war wie, es war bestuhlt. Also ne, wenn mir das jetzt passieren würde, es wäre so wild und so, wuuu, Rock! Und dort wäre das aber so gewesen wie, klinisch heller Raum, also wirklich gleißend weißes Licht und ich sitze oben ohne da, alles ist still und spiele Schlagzeug. Das wäre die Situation gewesen, deswegen da erinnere ich mich noch dran, dass ich die ganze Zeit so war wie, bitte einfach nicht, bitte nicht, das wäre jetzt wirklich nicht angebracht. Und dann, und wir denken ja, dadurch, dass wir in der Veranstaltungsbranche tätig sind, reden wir natürlich von einer Aftershow-Party, das war natürlich wie so ein Empfang. Empfang mit, da habe ich auch das Wort Flying Buffet das erste Mal gehört. Also da hatte dann noch jede Stadt auch so einen kleinen Stand, wo man nochmal ins Gespräch kommen konnte mit, ich weiß nicht, da ist das Marketing, oder Image, keine Ahnung, Wirtschaftsförderung, irgendwas. Jedenfalls der Stand, wo die meisten coolen Leute gechillt haben, war der Chemnitz-Stand, das muss man ganz ehrlich sagen. Das sagen die Leute jetzt völlig neutral. Das sage ich völlig neutral, aber es war auch wirklich so. Ja. Und das war an dem Tag so, das war so crazy, weil das war jetzt nicht so wie, wenn du sonst in einem Backstage bist und du bist so wie, hey, bei welcher Band bist du, sondern es kam gefühlt so, weißhaarige Männer und waren so, hey, das, was ihr macht, das ist ja richtig cool. Ich bin der, keine Ahnung, der und der Minister von... Mit mir haben immer Leute, mit mir haben immer Leute gesprochen, die so irgendwas, ja, toller auftritt und so und es war auch nett und so und ja, ich würde euch gerne mal einladen für so einen Empfang bei mir und ich war immer so, hm, hatte meinen Arm voll mit diesen Häppchen, die es gab. Flying Buffet. Es gab Flying Buffet und das sind so kleine, ich habe wirklich meinen gesamten Arm voll gehabt mit diesen Häppchen, dann haben immer diese Männer mit mir geredet, dann sind die gegangen und dann war jemand zu mir, hey, das war der und der, hey, das ist der und der Politiker oder der Assistent von dem oder das ist der Sekretär von bla 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 und ich war so, okay. Ja. Und als wir dann da weggefahren sind, waren wir direkt wieder beim Leonidenkonzert. Da ging nämlich unsere Leoniden-Support-Tour dann weiter. Genau, da waren wir dann in Saarbrücken, ich finde, wir können einfach generell über die Tour sprechen, die wir mit denen hatten und über einzelne Sachen, die uns einfallen. Tübingen, Offenbach, Würzburg. In Offenbach war das das, wo wir beim Backstage Schafe gab und da ist dieses legendäre Gib mir ein Video entstanden. Da denke ich gerne dran zurück. Wenn du jetzt sagst, das hauen wir in die Story. Machen wir wahrscheinlich ähnlich. Müssen wir auch nicht machen. Wie blöde wir sind. Warum schaffen wir das denn nie mit den... Okay, ich wollte weitererzählen. Ich möchte über den Würzburg-Auftritt sprechen, weil es heißt Kairo. Würzburg-Kairo, genau. Ich musste da sehr lachen, weil an dem Tag kam oder er hat es veranstaltet, der Lucio, der hat das Konzert, glaube ich, veranstaltet oder... Er war auf jeden Fall da und das ist jemand, der macht Tourmanagement, der macht Backline, der macht Social Media, Fotos, Videos, der kann alles. Er ist ein Allrounder und der ist damals bei Rikas Mannschaft mitgefahren und wir kannten uns so internetmäßig und der war so wie, ja, mal Hallo sagen, mal sich kennenlernen. Er hatte uns damals früher, früher auch schon in Würzburg veranstaltet. Und ich glaube, der hatte da so schulterlanges Haar und kam in den Backstage und war so wie, hey, Lotta, ich habe in der Story gesehen, du schneidest Haare, hast du Bock, bei mir die Spitzen zu schneiden? Schulterlanges Haar? Auf jeden Fall hatte er längeres Haar und hat gesagt, hast du Bock, mir die Spitzen zu schneiden? Und ich war so, ja, easy, klar. Und hatte aber keine Haarschneideschere dabei, aber war so wie, okay, das Größte, was man eigentlich denken kann bei dem Rasierer, das wird schon hinhauen und so. Und das endete dann darin, dass ich dem einen legit Buzzcut geschnitten habe, also einfach ein Zentimeter lange Haare hatte der danach. Und es tat mir so leid, weil ich so war wie, ey, der ist gerade noch in der Phase, wo der uns kennenlernt und ist so wie, hey, so bonding moment, kannst du mir die Haare schneiden? Und dann schneide ich dem die Haare komplett kurz mit, mir tat das übelst leid, aber ich konnte auch nicht anders. Und ich wollte, nee, so wollte ich es sowieso haben, danke. Ja, nee, doch, cool und so. Und ich muss, es tat mir so leid und ich habe mich auch danach nochmal, ich habe zu dem gesagt, wolltest du die Haare, und er ist so, ja, doch, voll, alles cool und so, aber ich war so wie, Alter, das tat mir so leid, weil ich weiß auch noch, dass ich so war wie, ich kann jetzt nicht mehr zurück. Ey, Till, wir machen einen Podcast. Weiß ich, ich hoffe, ich habe ein bisschen eine Neuigkeit, darf ich hier schon hin? Ja. Willst du auf Pause drücken? So, und wir sind zurück aus der Pause. Mit tollen Neuigkeiten. Das war jetzt, das musste sein, wenn man gute Neuigkeiten hat, dann muss man die auch direkt droppen können, finde ich, und da kann man auch mal einfach in eine Booth, in eine Booth reinkommen. Obwohl das rote Licht draußen an der Tür leuchtet, steht on air. Ja, aber das ist, Good News haben Access All Areas. Wenn die Neuigkeiten so schön sind, dann kann man auch mal bei on air rein stolpern. Oh mein Gott, stell dir vor, ein Wandtattoo, Good News haben bei mir Access All Area. A, 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 Pass für Good News. Ja, ist gut. Da müssen wir eine Grafik machen. Dürfen bei uns immer in den Backstage. Schlechte Bad Vibes haben bei mir Hausverbot. Jedenfalls hat mir das sehr leid und ich musste aber übelst lachen, weil mittlerweile das, was ich quasi am Angebot habe, was ich alles an Dienstleistungen mache, ist es immer wieder. Tragen jetzt alle coolen Boys. Ich sag mal so, was sind so die Sachen, die ich im Angebot habe? Ich mache Haare schneiden. Du hast damals auch dem Fritz, der glaube ich Toolmanagement gemacht hat, Notenschlüssel in den Kopf rasiert. Das wollte ich gerade sagen. Also ich mache Muster, rein rasieren mache ich. Ich mache Haare kurz schneiden. Mittlerweile habe ich einen Wolf Cut, habe ich mit auf meiner Liste. Ja, bei mir schneidest du jetzt Pony und Spitzen. Genau, Pony und Spitzen mache ich. Ich steche Ohrlöcher. Ich lackiere Nägel. Du lackierst Nägel? Ja. Aber recht mit Deel? Ich zupfe Augenbrauen. Du zupfst Augenbrauen? Ja, habe ich schon mit meiner Freundin letztens gemacht. Ich färbe Bärte. Kannst du mal meine Füße machen? Das ist noch nicht in meinem Repertoire bisher und das wird auch erst mal nicht reinkommen. Aber Bärte färben habe ich jetzt neu in meinem Repertoire. Augenbrauen färben habe ich auch drin. Wimpern färben machst du auch, oder? Wimpern färben habe ich noch nie gemacht. Könnte ich aber mit aufnehmen. Aber Augenbrauen färben kannst du. Genau. Und ich meine nur, das wird immer größer, quasi meine Tasche an Sachen, die ich mitnehmen muss auf Tour, weil Leute sagen, ey, du machst doch das und das. Ja, aber das ist ja gut, dass man sich, während man quasi auch Musik macht, trotzdem noch so ein bisschen guckt, was... Klar, ne? Ich muss auch gucken, wie ich komme. Was sonst noch... Ich habe nämlich am Anfang habe ich gedacht, 20 Cent pro Urlaub, habe ich mal gesagt. Und ich habe mir das nie geben lassen. Pass mal auf, ne? Ja, aber alter... 20 Cent, sagst du. Nee, nee, gib mir kein Geld. Nee, alles gut. Sagst du, nee. Ach, alles... Quatsch, das kostet nicht. Ja, aber wirklich, weil ich labere mich auch schlecht für. Ich habe für 99 Stecker und die Urlaub-Schießpistole 15 Euro bezahlt. Da würde ich mich echt schlecht fühlen, wenn Leute sagen, Alter, du kannst froh sein, dass sie dich eine Anzeigen danach. Ich habe in meinem Leben 40 Uhr lächer schon geschossen. Egal. Jedenfalls wollte ich da noch mal sagen, ey, das tat mir so leid. Der wollte einfach nur ein bisschen bonden und hat dann einen Basketball gehabt. In Würzburg, weil der Club ist so niedlich klein, haben die Leoniden genau zweimal nacheinander gespielt. Das heißt, wir hatten dann geil zwei Tage in Würzburg und wir haben damals... Bei sowas fühle ich mich immer so, da denke ich immer so, das ist wie so normal arbeiten gehen, dass man so ist wie, ich weiß genau, wo ich hingehe, welche Uhrzeit, ich weiß schon, wie es... Voll geil. Das ist irgendwie auch voll geil, ja, finde ich auch. Na, und dann haben wir in Würzburg, wir haben damals auf Tour immer uns die billigsten Airbnbs halt rausgesucht, um dort zu pennen und hatten dann halt auch so eine Airbnb in Würzburg und haben dort einfach zwei Tage lang Fernsehen geklotzt, unter anderem den grandiosen Film Sharknado, falls du dich erinnern kannst. Ja, davon gibt es fünf oder sechs Teile. Und da gab es diese eine total krasse Szene, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Es war irgendein Sharknado-Teil, also Sharknado, Haie, Haieangriff quasi. Und der erste ist, glaube ich, ganz realistisch im Wasser. In irgendeinem Teil können die fliegen und irgendein Teil findet sogar im Weltraum statt, wo dann Haie im Weltraum fliegen. Es ist der Wahnsinn, ich liebe die Filme. Also jeder einzelne Teil lohnt sich. Und wir hatten... Also außer, außer dass ich natürlich ein Fan von Haien bin und das schade finde, dass dieses... Dass sie so böse da... ...das Narrativ, dass die Menschen angreifen und so. Das Narrativ. Das möchte ich nicht mehr haben für Haie. Bei Sharknado, natürlich, man hört es im Titel, Sharknado, eine Mischung aus Shark und Tornado. Ja. Das heißt, ein Tornado fliegt durch die Gegend und hat Haie. Sieht die Haie aus dem Meer und hat Haie. Und die Haie fliegen dann durch die Luft und beißen den Kopf ab. Wie genial ist die Idee denn erstmal? Also... Warum der keinen Oscar gekriegt hat, verstehe ich nicht. Jeder einzelne Teil. Szene. Szene. Ich sage, sorry, ich spoiler vielleicht jetzt was. Ist mir egal, die Szene ist so geil. Ja. Also, Leute, jetzt gibt einfach drei Minuten, wenn ihr Sharknado noch nicht komplett gesehen habt. Fliegt ein Sharknado, also ein Tornado, ein Sharknado, kommt. Und ein Hai frisst eine der Figuren, die schwanger ist. Ja. Frisst die. Dann fällt der Hai zu Boden. Ja. Die schneiden den Bauch auf und aus dem Bauch von dem Hai kommt erstmal das Baby, was die Frau, die in dem Hai steckt, gerade gebärt. Das heißt, aus dem Hai kommt ein schreiendes, kleines Baby raus. Und diese Szene ist einfach nur da. Genial. Ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Es war so geil. Wirklich Filmgeschichte wurde in diesem Moment geschrieben, als diese Szene gedreht wurde. Und als ich diese Szene gesehen habe, dachte ich, nichts in meinem ganzen Leben wird mich jemals wieder so berühren wie diese Szene. Es gibt doch auch einen Film, wo wir mal den Trailer gesehen haben, wo es darum geht, dass in einem Skigebiet ein Schneehai ist. Weißt du noch? Ja, ja, ja. Da skannten so Leute und dann kommt da so eine Flosse quasi aus dem Schneehaus. Vielleicht ist das auch ein Sharknado-Teil. Ich finde, diese Filme sind so gut. Und so simpel, aber doch so komplex. Aber doch so und die Geschichte ist so, bei sowas, da geht mir das Herz auf. Wirklich da, da, ja. Und ja, das haben wir angeguckt und ich muss nochmal sagen, also nochmal übelst danke an die Leoniden. Wir waren extrem lange mit denen auf Tour. Also wir können noch kurz weiter quatschen, weil ich wollte nur sagen, wir waren dann noch in Berlin zusammen und in Leipzig und in Dresden und in Dresden und in Dresden. Ich weiß, dass diese Personen im Podcast hören. In Dresden haben sich über Ecken zwei Leute kennengelernt aus unserem Freundeskreis, die jetzt, die an dem Abend sich ineinander verliebt haben. auf unserem Konzert quasi. Gute FreundInnen von uns. Warte kurz, lasst doch für die ein Shoutouts an euch. Ich gönne euch eure Liebe von ganzem Herzen. Wirklich, es macht mich so froh. Ich weiß, dass die Personen das anhören. Man kann es jetzt einfach mal so ganz klar sagen, Joni und Iris haben sich damals kennengelernt. 2019. Und es ist, es ist ein, das war eine Zusammenarbeit von der Band Leoniden und der Band Blond, die diese Liebe hervorgebracht hat. Joni und Iris. Und das ist wirklich so ein sweetes Paar und auch da muss man wieder sagen, eine ganz große Foundation dieser Beziehung ist einfach Humor. Das sind die zwei witzigsten Leute. Es ist ein absolutes Power Couple. Die lachen immer, die lachen den ganzen Tag miteinander. Das ist wunderschön. Und das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Das ist was Tolles. Weiter müssen wir nicht reingehen. Ich wollte aber wirklich, weil das ist für mich, ich könnte jetzt eine Couple-Folge wenn ich an den Abend denke, könnte über die reden. Wenn ich an den Abend in Dresden damals denke und ich weiß, die haben sich da die ersten und haben sich die Blicke getroffen. Oh Gott, so sweet, man. Und wahrscheinlich zu einem Blond Song haben sich die Blicke getroffen. Ja, ich glaube auch. Das ist auch mein Hobby. Weil ich liebe nicht nur die Geschichten, sondern auch wie die das erzählen und nach vorne auf den Tisch gehen und dann so die Hand und das Kinn auf der Hand abstoßen und einfach nur zuhören. Ja. Und ich liebe das so sehr, weil nicht nur die Geschichte an sich, sondern wie die das erzählen und wie die dann, alle haben immer, also jede, manchmal sehen Leute Sachen unterschiedlich. Wir haben auch ein befreundetes Pärchen, die haben eine Kennenlerngeschichte, aber aus zwei Perspektiven. In der einen Geschichte ist er zu ihr gegangen und hat gesagt, hey, bla bla bla, darf ich dich auf einen Drink einladen? Und in ihrer Geschichte ist sie auf ihn zugegangen und das wird sich nie klären. Ja. Und bei denen, das ist natürlich wunderbar, wenn man weiß, man hat den Abend, man hat das Bett vorbereitet, man hat das, wie sagt man, das Nest oder wie sagt man denn, wenn man was, den Weg geebnet mit seiner Musik für diese tolle Beziehung. Da wollte ich nochmal. Und es gibt, es kommt jetzt ein Festival, das würde ich aber gerne in die nächste Folge nehmen, weil da möchte ich auch lange drüber reden. Ja. Und an der Stelle möchte ich einfach sagen, Shoutouts an die Liebe, Shoutouts an die Leoriten. Shoutouts an die Liebe. Und auch, ja, danke an alle Leute. Ich sehe das auch immer, wir haben extrem viel Support gespielt und das ist einfach, das lohnt sich so sehr. Das ist so cool und das ist so eine gute Möglichkeit für Bands, um zu zeigen, was sie können in einer kurzen Zeit und vor einem Publikum zu stehen, was meistens offen ist und was irgendwie bereit ist zuzuhören. Und ich bin übelst dankbar für, genau, für alle Bands, die uns mitgenommen haben und gedacht haben, dass es geil ist, wenn wir mitkommen. Auch bei Von Wegen Niesbitter und so, wir waren so lange immer mit und das ist ja, man, das ist auch immer so, ich merke das ja jetzt voll, wenn wir auch selber überlegen, wenn wir mitnehmen. Das ist natürlich immer eine Entscheidung, die du triffst, ob du sagst, ich nehme eine Band mit, weil das immer aufwendiger ist. Eine Band mitzunehmen ist immer Stress, weil du weißt, ey, du musst Drumsharing machen. Das ist jetzt auch ein Rap-Act oder was meinst du? was er auch, hat er alles, hat voll seine Daseinsberechtigung und ich liebe Rap-Musik, aber ich weiß auf jeden Fall, dass zu schätzen, dass Bands gesagt haben, wir nehmen die mit, auch wenn das, auch wenn die tausend Instrumente haben und Platz wegnehmen und das ein stressiger Umbau wird, wir nehmen die mit, weil wir die Show geil finden, weil wir die Musik geil finden und das rechne ich denen irgendwie hoch an, weil die hätten es sich auch einfacher machen können, die hätten auch sagen können, nö, kein Bock, ist mir zu stressig, ich nehme einfach irgendeine Person mit, die ein Mikro und ein DJ-Pult hat, weil das irgendwie easier ist im Umbau und deswegen, sehr, sehr dankbar. Lieb ich und finde ich ganz toll und ich liebe immer auch, die Zeitreisen zu machen, weil das ist so, ja. Da freue ich mich selber nochmal drüber, ja. Ja. Und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr die ganze Zeit da seid und dass ihr uns zuhört und dass ihr am Start seid. Jetzt wird es ja so sentimental. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal den Sack zumachen. Genau, wir machen den Sack zu. Wir machen den Sack zu. Till jetzt auf seine guten Neuigkeiten. Yes, Good News im Hause, guck mal. Ich möchte noch kurz sagen, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz, es war Bandgeschichte Folge 20 und unsere generelle Folge 142. 142, die Zahlen, die fliegen uns hier um die Ohren. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns zusammengesetzt haben, für euch eine Zeitreise gemacht haben oder unsere Geschichten geteilt haben und ihr könnt gerne abonnieren, ähm, liken, Glocke drücken. Was kommentieren die Menschen? Ähm, und heute kommentiert ihr bitte eure guten Neuigkeiten. Einfach irgendwas Schönes, was euch happy gemacht hat. Genau, das kann irgendwas Kleines sein, irgendwas, wo ihr sagt so, ich hab mir heute einfach ein Eis gegönnt. Ich hab, keine Ahnung, heute war endlich die Person da, die mein Klo repariert hat. Oder, good news, ähm, meine Lieblings-Eistorte gab's. Ich hab's geschafft, zu dem Termin hinzugehen vielleicht auch. Alles mögliche, könnt ihr uns in die Comments schreiben. Wenn ihr keinen Bock habt, äh, auf diese Arbeit, dann könnt ihr auch drei Emojis, ähm, reinschicken. Und zwar, Notenschlüssel. Gibt's sicher. Ja, Notenschlüssel gibt's bestimmt. Ja, gibt's. Safe? Ja, okay. Oder eine Note. Alter, ungelogen letzte Woche, als wir die drei roten Ausrufezeichen wollten, das hat mich so fertig gemacht, weil das ist natürlich ein Symbol, was einen so voll alarmiert. Genau, wo man so sieht, was ist denn hier los? Ach ja, danke für die ganzen tollen Podcasts und, äh, Recherche. Ich liebe das auch. Reportagendinger. Ich kann jetzt immer auf den Post gehen und den nächsten Mal sagen. Guck ich nämlich auch. Mach ich jetzt auch mal. Geh ich immer drauf und guck. Genau. Äh, Leute, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sind on the street, um Sachen für euch zu erleben und wir haben auch immer viel zu erzählen, wie ihr uns kennt, ne? Und in diesem Sinne würde ich sagen, Tschüss! Macht's gut! Tschüss! Tschaui-Waui! Tschau! That's not my name! Jetzt haben wir gar nicht gesagt, dass wir mit denen das geile Cover hatten. Das können wir auch. Are you calling me darling? Are you calling me bird? They call me her! They call me Stacey! They call me her! Hell! They call me Jane! That's not my name! That's not my name! That's not my name! That's not my fucking name! They call me Quite Girl! But I'm a riot! Married to Lisa! Always the same! That's not my name! That's not my name! That's not my name! That's not my name! That's not my name!